Was ist passiert? Was haben Sie mit meinem Bauch gemacht? Was ist hier los? Wir haben Ihnen ein Päckchen eingesetzt, in Ihren Unterleib. Sie werden etwas sehr Spezielles für uns transportieren. Ich bin ein Päckchen eingesetzt, in Ihren Unterleib. Jemand hat mir ein Drogenpaket eingesetzt. Sie müssen es rausholen. Es ist undicht. Man schätzt, die meisten Menschen nutzen lediglich 10% ihrer Gehirnkapazität. Stellen Sie sich vor, wir könnten 100% nutzen. Es würden interessante Dinge geschehen. Ja? Professor Norman, mein Name ist Lucy. Ich habe Ihre Forschungsarbeiten über das menschliche Gehirn gelesen. Es gibt ein paar Lücken, aber Sie sind auf der richtigen Spur. Danke. Ich habe Zugriff auf 28% meiner cerebralen Fähigkeiten. Ich spüre jedes Lebewesen. Seit wann schreibst du denn chinesisch? Seit einer Stunde. Was passiert, wenn sie die 100% erreicht? Ich habe keine Ahnung. Mit diesem Wissen können Sie Geheimnisse entschlüsseln, die über unser Universum hinausgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschheit dafür bereit ist. Es ist, als wäre alles Menschliche an mir entfernt worden. Ich bin mir nicht nur ein Zeichen für den Bogen. Ich habe mein Leben nicht einfach. Ich habe mein Leben zu abernieren. Es war die Mordive. Ich bin mir nicht verletzen. Es war die Mordive. Aber ich bin nicht verletzt, aber ich bin schon mal. Und dann bist du mich nicht. Ich bin nicht Dramatisch. Ich verschlechter. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht. Untertitelung des ZDF, 2020